Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus, immer wird's das Leben einer, der kriegst dich aus. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, sehr schön, wunderbar. War ein schöner Abend, komm gut nach Hause, ist großartig. Nein, Quatsch, ist eine Lesung heute Abend, für die, die es noch nicht wusste, ich möchte es kurz sagen, und ich werde dieses Buch hier lesen, also das ganze Buch ist komplette Buch. Das heißt, Schmitz Katze, Schmitz Katze. Ich wollte, bevor wir jetzt in die Lesung, in Medias Rees gehen, bevor wir einsteigen, wollte ich euch ein paar Sachen fragen. Also als erstes, wer hat eine Katze, wer hat eine Katze, geht ja um Katze. Oh, warte, das muss ich mir jetzt genauer angucken, ich hole mir hier, beziehungsweise eine, jetzt freuen sich alle, oh, hätte ich auch mal besser nicht aufgezeigt, das ist ja schade. Ich habe keine Katze hier, du hast eine Katze, wie ist dein Name? Oliver. Mein Gott, sag mal. Oliver? Ja. Oliver hat eine Katze. Was hast du für eine Katze? Einen roten Kater. Einen roten Kater, wie alt? 19. 19? Meine Katze ist ja 27 Jahre alt geworden. Wie, das ist doch gut. Ja, aber es war traurig zu lesen. Das nicht mehr? Ja gut, die alle war lange durchgehalten, muss man sagen. 27 Jahre ist überall, wie Juppi hieß das, die wusste nicht, wann Schluss ist. Einfach mal weitergemacht. 19 Jahre ist aber auch schon gut. Ja, ist gut. Ist auch schon toll. Aber fit. Aber fit. Dankeschön, hatte ich jetzt gebraucht. Dankeschön. Gibt es jemand, der schon lange mit seiner Katze als Kind schon hatte oder lange die Katze? Hier, da. Als Kind. Als Kind schon eine Katze. Bitte? Hör mal, ich will nicht unverschämt sein. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ne, der musst du nicht sein. Wie ist der Name? 59. 59. Und die Katze ist aber noch älter als meine geworden. Das ist ja wirklich gut. 59 Jahre und seit der Kindheit schon mit der Katze zusammen. Meine Güte, 59. Und ich dachte, 27 wäre schon toll. Wunderbar. Auch noch Katzen dabei? Ja, hier? Wunderbar. Gehen wir mal hier hin. Geht das? Geht das? Können wir das? Guck mal hier. Riesenkamera. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich habe vier Katzen. Vier Schmitz-Katzen. Wieso Schmitz-Katzen? Ja, ich heiße auch Schmitz. Du heißt Schmitz? Ja, ja, logisch. Das wusste ich ja gar nicht. Ich schmiert verrückt. Du heißt auch Schmitz? Ja. Wie heißt er denn mit Vornamen? Monika. Monika Schmitz. Ja, aber ich bin nicht deine Mama. Du bist nicht meine Mama. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Schmeckt. Sehr lecker, sehr lecker. Monika, ich muss ein bisschen lesen. Ich komme direkt wieder. Monika, bleibt kurz sitzen. Wunderbar. Kleinen Applaus bitte für die netten Damen und Herren, die hier Rede und Antwort gestanden haben. So. Jetzt. Ich wollte euch jetzt den Geweis liefern, dass es diese Katze wirklich schon so lange gab, von der ich ja geschrieben habe und die im Buch ja weitestgehend am größten, am meisten vorkommt. Minka. Und ich habe Fotos mitgebracht von mir als Kind. Nee, du wirst das kennen. Als Kind. Mit meiner Katze zusammen. 59 Jahre. Leckend an den Füßen. Mann, du. Und ich dachte, ich wäre gut gewesen. Aber das ist so. Pass auf. Jetzt. Pass auf. Ich zeige euch an. Das. Yes. Süß, ne? Das bin ich. Das ist aber nicht Minka. Das ist die erste Katze, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war anderthalb, ich habe zwei, ich habe keine Ahnung. Da waren wir in Österreich und das ist die erste Katze gewesen, die ich auf dem Arm hatte und die fand ich toll. Was man nicht sieht, natürlich ist ein Foto, kurz nachdem das Foto geschossen wurde, die Katze hat sich erschrocken, hat die mir alles zerkratzt, die ganzen Arme und Beine, ist runtergesprungen und da fahre ich die Katze erstmal scheiße. Das fand ich doof. Aber irgendwie hat er schon die Initialzündung geliefert. Pass auf. Hier das nächste Bild. So, so. Das muss ich erklären, das bin ich. Ist ein bisschen unangenehm, ist mir das, aber jetzt ist es auch zu spät. Das war meine erste Rolle. Bühnenrolle, wirklich. Meine erste Sprechrolle, muss man sagen. Ich weiß sogar, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, miau, ich bin der Katzenkater. Das war mein erst, der erste Text auf einer Bühne meines Lebens und das als Katze. Also wenn das nicht bezeichnend ist, großartig. So, jetzt noch ein Blut noch. Das war mein erstes Mal. 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 Dieses Mal, während eine Assistentin ihn gerade aus dem Zimmer tragen wollte. Sie hat ihn unter den Bauch gepackt und hochgehoben, was wohl keine so gute Idee gewesen war. Kurz danach kamen wir an Zimmern für ausgewachsene Hunde, Hundebabys, Papageien. Mein Gott, sind die laut. Und alle wirken irgendwie ständig angepisst. Meerschweinchen, rasend langweilig, fand ich damals, vorbei und traten schließlich in das für Katzenbabys ein. Alle, süß, alle, die, nein, nein, die, nein, die, es war hoffnungslos. Alle kleinen Dinge, eins süßer als das andere, krabbelten auf mir herum. Meine Mutter freute sich, die Diamleiterin auch. Ich hätte nur blind die Hand ausstrecken müssen und wir hätten alle nach Hause gehen können. Doch dann, sagte Freundin Rottenmeier, mit so einem professionellen Zittern in der Stimme, etwas Verhängnisvolles. Nebenan haben wir auch Katzen, die schon etwas älter sind. Die will aber keiner. Nun muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich damals, gerade auf dem Selbstlosigkeitstrip war, hatte ich im Kino doch das letzte Einhorn gesehen. Und nun wollte ich unbedingt auch die alten, abgemagerten, ausgemagerten Geschöpfe ohne Beine und Ohren sehen. Meine Mutter fand das beispielhaft. Noch. Wir gingen nach nebenan. Und als sie den Raum betrat, rannte auf einem Umlauf an der Wand, etwa auf der damaligen Höhe meines Kopfes, damaligen Höhe meines Kopfes, eine fast ausgewachsene, getigerte Katze auf mich zu und maunzte mich an. So laut und so frech, dass ich mich total erschrocken habe. Minka. Das heißt, damals noch Messalina. Messalina war frisch operiert. Auf der Seite, wegen der Sterilisation, komplett rasiert eben, spindeldö und hatte einen Ausdruck in den Augen, der sagte, was soll das hier, was stehst du noch rum, nimm ich mich gefälligst mit, du Arsch. Tja, ich verstand sie, sie verstand nicht. Meine Mutter brabbelte noch so etwas wie, die Katze sucht den Menschen aus und nicht der Mensch, die Katze. Und im nächsten Augenblick saßen wir auch schon im Auto. Ich mit meiner hässlichen Messalina auf dem Schoß, während Fräulein Rottenmeier, ich meine die Tierheimleiterin, uns aufgeregt und glücklich nachwinkte. Minka pinkelte mir auf den Schoß. Autofahren findet sie bis heute scheiße. Oh Gott, das tut mir leid. Ist vielleicht ein Arzt hier heute Abend, vielleicht kann jemand, ihr Dame, helfen. Kommt das jetzt erst bei dir an? Wäre aber blöd, bin ich gerade erst rausgekommen für dich? Das ist toll, wir sind alle gleich schon beim Essen, da sitzt ihr noch hier. Wer hat denn keine Katze? Mal kurz aufzeigen, wer hat keine Katze? Wer möchte sich vielleicht mal eine anschaffen? Wer spielt mit dem Gedanken? Gibt es jemanden, da hinten gibt es jemanden? Sehr schön. Ja, ich habe nämlich hier in dem Buch Folgendes getan. Ich habe für die, die noch keine Katze haben, habe ich Empfehlungen aufgeschrieben, wie man sich auf eine Katze vorbereiten kann. Gar nicht. Das Kapitel ist komplett leer. Nein, im Ernst. Ich habe tatsächlich was aufgeschrieben. Und das würde ich euch gerne mal kurz vorlesen. Es sind mehrere Punkte, so als Hilfestellung gedacht. Aber ich habe ein paar rausgegriffen für euch. Und die würde ich euch jetzt gerne kurz vorlesen. Also pass auf. Wie man sich auf eine Katze vorbereiten kann. Folgendes. Drei wichtige Punkte. Als erstes habe ich aufgeschrieben. Kaufen Sie von jeder Katzenfuttersorte jeweils eine Dose. Und dann schmeißen Sie 90% davon wieder weg. Warum? Jeder Katze muss jetzt erweiß. Drang gerochen. Weg. Ne? Katzen sind wie Sie sehen. Dann habe ich aufgeschrieben. Folgendes. Bitten Sie einen Freund, nachts an Ihrem Fußende zu wachen. Und mit dem Heftzweckentferner sofort und erbarmungslos anzugreifen. Sobald sich ihr herausschielender kleiner Zeh auch nur eine Sekunde bewegt. Die Katzen machen das. Der Gewürz nach so viel zu wachen. Die ist halt im Kampf. Man denkt zuerst, der Fuß gehört einem nicht. Und dann doch. Zerfetzt und alles. Aber ich stelle mir auch sehr lustig vor, wie der Freund da sitzt mit dem Heftzweckentferner. Und dann habe ich auch Folgendes aufgeschrieben. Das ist eigentlich die wichtigste Regel, wie man sie auf einer Katze vorbereiten sollte. Suchen Sie sich ein paar Mal in der Woche in Ihrem Garten mindestens zwei, drei Zecken. Und lassen Sie diese sich durch das Brusthaar in die Haut von Onkel Fred eingraben. Nehmen Sie nun eine Zeckenzange und versuchen Sie Ihr Glück. Wenn Ihr Onkel Borreliose bekommt, machen Sie einfach auf dem Rücken von Onkel Willi weiter. So, also ist nur ein paar Sachen herausgegriffen. Es sind viel mehr, es sind eigentlich 15. So. Weil die Leute, die jetzt noch keine Katze haben, die denken jetzt gerade, dann kaufe ich mir auch keine. Also das ist, das macht keinen Sinn. Kommen wir jetzt zur folgenden Geschichte, die ich sehr mag. Ich habe sie genannt, freie Wege. Freie Wege. Ihr werdet gleich wissen, warum. Also, das schon häufig erwähnte Katzenklo steht bei mir im Badezimmer. Nun sollte man aber auch bedenken, dass dieser Raum permanent, immer, immer, immer und immer und jederzeit für die Katze offen und frei zugänglich sein muss. Denn, wie es ein äußerst betrunkener Freund im Zustand momentaner geistiger Eingeschränktheit lallend so weise formulierte, sonst Katze die Kacke in den Flur. Das war Hans. Hans hat das wirklich gesagt. Er war wirklich bei mir und hat gesagt, du musst das Katze die Kacke in den Flur. Es war sehr lustig. Das Ganze hat natürlich noch einen anderen Hintergrund, weshalb ich die Geschichte aufschreibe. Das beschreibe ich auch. Und zwar ist es so, das passiert ja nicht immer. Manchmal, die Tür fällt einfach ins Schloss oder es ist jemand zu Besuch da und er ist auf Toilette und er kommt dann wieder, hat die Tür zugemacht. Das darf man nicht machen. Also bei mir steht das Katzenklo im Bad und wehe die Tür zu, wenn die Katze dann, also das ist, die sucht sich ja dann Ersatz. Aber wo steht denn bei euch das Katzenklo? Wo steht bei euch das Katzenklo? Mal fragen. Wer hat ein Katzenklo? Also wenn eine Katze hat, sollte auch ein Katzenklo haben. Sonst wäre es ein Blut. Hier. Im Kinderzimmer. Da steht bei euch im Kinderzimmer? Ihr mögt keine Kinder. Kann das sein? Die sind doch zum Schluss. Die sind doch gar nicht mehr. Die Köln. Ich habe keine Kinder. Ihr habt ihr eigenes Zimmer. Ihr habt ihr eigenes Zimmer, die Katze. Erste Reihe, gell, wie verrückt. Ich weiß, natürlich, ja. Die Katze hat ihr eigenes Zimmer. Ich werde verrückt. Ganz toll. Wo habt ihr sonst was Katzenklo stehen? Bitte? In der Kammer. Warte, in der Besenkammer oder irgendwas? Ja, in der Besenkammer. Musst du mit der Tür aufmachen, Katze? Dann musst du mit dem Tummel. Ehrlich? Das heißt, sie steht vor der Tür. Und du musst immer. Das ist schön. Kammer. Hätte ich nicht gedacht. So viele verschiedene Autos. Wo sonst noch überhaupt? Wo sonst noch steht? Bitte? Im Keller. Oh, ihr mögt aber eure Katze nicht. Kann das sein? Ist doch schlimmer als die Kammer. Wo geh ich in den Keller kacken? Das ist gemein. Das ist fies. Wo sonst noch? Wohnzimmer. Wohnzimmer. Wann ist er? Oh, wir gehen ins Bett. Wann ist er? Wohnzimmer. Ehrlich, im Wohnzimmer. Muss er aber oft sauber machen. Sonst, heilewitzgeil. Das ist ja. Oder wenn die Gäste gehen sollen. Das geht auch. Wenn man eine Katze. Ja, ist ja auch schon spät jetzt. Ich mach das morgen sauber. Ja, wir hauen ab. Sehr schön. Gibt ja doch viele verschiedene Sachen. Die Katze geht im Keller kacken. Das ist auch gemein. Du gehst in den Keller kacken. Das ist gemein. Du gehst in den Keller kacken. Du gehst in den Keller kacken. Das ist gemein. Du gehst in den Keller kacken. Außer Rechte. So. Kommt ihr auch so wieder rauf? Mau. Was habt ihr für eine Katze? Ist die braun? Nee. Wie heißt die? Adolf. Adolf. Adolf, die Keller kacken. Mau. Ich stelle dir mal vor. Eine ganz weiße Katze. Nur hier so ein schwarzes Schnalz. Und das Fell hier rüber. War sie schön im Keller kacken? Mau. Ab heute. Mau. Ab heute wird zurückgeschissen. Ich hab... Um welchen Wurzeln? Die Katze geht im Keller kacken. Das ist ja schön. Jetzt war es übrigens so. Meine Katze, die hat sich ja dann... Weil es ist wirklich passiert. Meine Katze hat ja dann keine Möglichkeit gehabt, auf die Nette zu gehen. Das ist eine wahre Geschichte. Ich hatte damals eine Freundin, die hat dann die Tür zugemacht. Und die Katze wusste nicht, wohin. Jetzt hat sie sich Ersatz gesucht. Nicht im Keller. Nein, meine Katze hat sich Ersatz gesucht. Die hat in den neuen roten Ledersessel gepinkelt. Ich weiß nicht warum. Obwohl andererseits, roter Ledersessel, Katzenklo, die Ähnlichkeit ist ja wirklich verblüffend. Da muss man... Also selbst wenn ich drin sitze, muss ich aufpassen, dass ich noch rechtzeitig aufs Klo gehe. Also es ist wirklich... Man muss wirklich aufpassen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum in diesen Ledersessel... Ich hab keine Ahnung. Die ist extra hochgesprungen. Dann... Vielleicht was... Weil sie mich ärgern wollte. Ey, du hast die Tür zugemacht. Ich weiß es nicht. Alte Wesen werden wunderlich... Ich war damals schon alt. 27. Jahr geworden. Uralte Katze. Alte Wesen werden wunderlich... Das ist wie mit der Oma. Der Oma macht nicht in den Ledersessel. Das mein ich nicht. Die Oma macht immer in der Heizdecke. Und da ist ja Strom drauf. Jetzt stell dir vor. Hoch, mis's kalt. Das reicht mir nicht. Oma, was machst du denn da? Du gehst jetzt in den Kallakern. Ist das lustig. Also die hat jetzt in den Sessel gemacht und das war wirklich schlimm. Und jeder, der eine Katze hat, die schon mal irgendwo in ihrer Not, der weiß, das ist schrecklich. Du kriegst es nicht weg. Der Fleck ist ja schon ekelhaft genug. Den kann man ja aus dem Polster rausschneiden. Das kriegen wir irgendwo oder neun. Das fällt ja kaum auf. Das ist egal. Also setzt du da Oma drauf. Wunderbar. Also der Fleck, der ist fies, aber das geht. Am schlimmsten ist der Geruch. Den kriegst du... Also der vom Fleck, nicht von der Oma. Alles klar. Du kriegst... Manchmal. Ist egal. Also es ist wirklich schlimm, diesen Geruch. Es gibt ein einziges Produkt, von dem man glaubt und denkt und hofft. Dass es diesen Geruch entfernen kann. Es ist ein ganz teures Produkt. Es kommt aus Frankreich. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ganz tolles, teures Französisch. Fembreze. Kennst du, ne? Fembreze. Ich hab's probiert. Da kannst du auch versuchen, mit bunten Tücherlingen Geruch wegzutanzen. Es bringt nichts. Gar nichts. So. Ähm. Die nächste Geschichte heißt... Haarbüschel. Was man in der Kamera nicht sieht. Ganz viele Leute, die eine Katze haben. Ja, ja. Also. Immer wenn ich es geschafft hatte, eine junge, hübsche Dame zu mir... Also es war nicht so oft. Aber ähm... Eine junge, hübsche Dame zu mir nach Hause einzuladen. Und ich mich schon sehnsüchtig auf ihren Besuch freute. Mischte sich auch immer eine kleine, aber feine Angst, bisweilen auch fast eine Panik, mit in meine Gefühlswallungen. Kurz bevor die Angebetete erscheinen soll, hab ich dann immer ein bisschen Schiss gehabt, dass Minka, meine Katze, nicht wahr, uns dazwischen kommt. Kennen Sie das Geräusch, das Katzen machen, wenn sie diese Haarbüschel hochwürgen? Nein? Ich mach's euch vor. Das heißt. Wenn eine Katze das macht, das ist ein ganz... Das gräbt sich in den Kopf. Die macht dann... Das ist ein Countdown. Zehn, neun, acht, sieben, zehn. Und meine Katze war richtig alt. Da kam schon mal ein bisschen mehr mit. Wirklich. Die war so alt. Die hörte... Es war furchtbar. Wirklich. Und Katzen bewegen sich ja. Bewegen sich beim Kotzen. Wir Menschen fertig. Aber Katzen... Da bewegt sich der ganze Körper. Und Scheiß. Wirklich. Die Katze... Setzt sie mal auf die Fliesen. Die kommen voran, ohne dass sie das wollen. Wirklich. Und meine Katze, wie gesagt, die war uralt. Wirklich. Ich hatte Angst. Die war ganz dünn und alt irgendwann. Ich hatte Angst beim Kotzen, dass sie sich beim Kotzen aussehen auf links dreht. Wirklich. Was denn das? Das meine Katze... Oh. Oh, die ist nur auf links. Entschuldigung. Kann man auch... In welches Ende pustet man da rein? Das ist... Ihhh. Also dieses... Es ist wirklich... Es war wirklich, wirklich schrecklich. Aber gut. Es ist... Es ist, wie es ist. Dieser Countdown. So, jetzt wollen wir mal weiterlesen. So, pass auf. Jetzt ist es so... Ah, nee. Da muss ich noch erzählen. Es ist ja so. Das wollte ich noch los. Katzen schaffen es ja immer, auf das Stück Teppich zu kotzen, das man noch hat. Hier vorne, aus tiefstem Herzen. Ja! Ne? Man kann die ganze Wohnung gefließt haben. Die finden den Duschvorleger. Der gerne auch, wenn er gerade dußt. Du bist gerade reingegangen. Kurz geduscht, kommst du raus. Und ich sitze dann daneben. Dankeschön. Es ist furchtbar. Es ist wirklich schrecklich. Ganz schrecklich. Aber am allerschlimmsten sind tatsächlich die Ängste, die man entwickelt. Als Katzenbesitzer diese Paranoia, weil man einmal einen neuen Teppich hat und man will nicht, dass der direkt wieder... Das heißt, du sitzt vielleicht irgendwo in deiner Wohnung, nicht wahr? Du sitzt da gemütlich rum, hast ein Buch in der Hand und denkst, oh, es ist ruhig, es ist gemütlich. Oh, Zeit für mich. Und dann hörst du... Und dann renne ich los. Ich bin losgerannt, hab die Katze überall gesucht. Ich dachte, ja, bitte, bitte nicht wieder auf die Dippe. Ich hab die überall gesucht. Überall. Und die ganze Zeit... Zehn, neun, acht, sieben. Irgendwann hast du sie da gefunden, Bruder, du sie als letztes vermutet hast. Nicht wahr? Du hast die Katze unterm Arm, rennt sie mit der durch die ganze Bude. Die Katze unterm Arm. Hi, 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 hi. Und denkst, bitte, 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 nicht hier, bitte, bitte in die Küche, bitte. Und jedes Mal hat die ne schöne, gerade Linie gekürzt. Hier fängt die Küche an. Und genau da hört die Spur auch auf. Oh, kennt ihr den Exorzisten, diese grüne Fontäne? Das ist ein Scheiß direkt dagegen. So, die nächste Geschichte heißt, jemand anderes. Ja. Jemand anderes war Mitte 20, hatte eine mittlerweile so 15 Jahre alte Katze und gerade keine Freundin. Dafür hatte er aber ein paar Wochen zuvor eine mögliche, eventuell, vielleicht, hoffentlich Freundin kennengelernt. Er traf sich mit ihr in Cafés, Restaurants, in Kino, in Bars, im Ägyptischen Museum zur Sonderausstellung von... So genau hat mir diese andere das gar nicht erzählt. Auf jeden Fall war die Zeit gekommen, wo er diese Frau zu sich nach Hause einlud und Halleluja, sie sagte zu. Jemand anderes hatte also, clever wie jemand anderes eben ist, schon morgens damit angefangen, seine Katze mit ihrem Lieblingsessen zu füttern. Weil sie danach immer so glücklich ist und stundenlang auf ihrem Kratzhocker im ehemaligen Büro schläft. Ich habe leider kein eigenes Zimmer für die Katze gehabt, das tut mir sehr leid. Und jemand anderes hat dann genug Zeit und Ruhe, sich um die potenzielle Freundin zu kümmern. Das hat alles auch planmäßig funktioniert. Allerdings hat er vergessen, dass es eine Sache gab, die seine Katze noch mehr liebte als ihr Lieblingsessen. Seins. Egal was es war, Hauptsache es war seins. Und normalerweise kriegt sie auch immer einen Happen davon ab, einen kleinen. Und war dann immer zufrieden. An jedem Tag, an jenem Tag ging das aber nicht. Schließlich hatte jemand anderes ein richtiges Gala-Dinner gezaubert. Mit gebratenem Lachs, Spinat und Rosmarinkartoffeln. Als seine Katze fast zwei Stunden geduldig, aber erfolglos neben ihm am Herd gewartet hatte, konnte jemand anderes an ihrem Blick ablesen, dass sie das Kacke fand. Sie tachelte seiner rechten Wade völlig unvermittelt eine mit ausgestreckten Krallen und stolzierte mit erhobenem Schwanz und in aller Seelenruhe zurück ins Wohnzimmer. Das war jetzt nicht so gut gelaufen. Er ignorierte sein blutendes Bein, hoffte auf das Beste und verdrängte den Rest. Für mehr war auch keine Zeit mehr. Um Punkt kurz nach acht hatte jemand anderes den Tisch fertig gedeckt. Neue Kerzen in die Ständer gefriemelt und angezündet. Alles sah romantisch und perfekt aus. Einschließlich jemand anderes, der darüber hinaus auch noch super roch. Das Essen war fertig, wartete im Backofen und die ersehnte Dame durfte kommen. Bevor diese das allerdings tat, tat die Katze etwas, was Katzen unglaublich gerne in so einem unpassenden Moment tun. Sie kotzte auf den Deppich. Sie erinnern sich doch an das Geräusch. Puh, Puh, Puh. Jetzt wissen wir ja schon, dass Katzen nicht so unauffällig kotzen wie Profi-Models. Nicht mal ansatzweise. Aber immerhin hat man ja diese Vorwärmzeit und schon ging's los. Zehn, neun, acht. Minka, Entschuldigung, die Katze von jemand anderem, startete genau diesen Countdown in genau dem Augenblick, in dem die neue, eventuell, vielleicht, hoffentlich, ach bitte, bitte, Freundin, an der Türe klingelte. Jemand anderem wurde ganz anders. Da eine Sekunden hatte, um seine Prioritäten neu zu setzen, geschah Folgendes. Er rannte in den Flur, drückte auf den Sommer, rannte ins Wohnzimmer zurück, schnappte sich die röchelnde Kotzkatze, rannte nun ins Schlafzimmer, machte den Kleiderschrank auf, wieder zu, und empfing mit einem leicht verschwitzten Lächeln die Dame seiner Träume an der Haustür. Das Essen verlief großartig. Der Lachs schmeckte köstlich, die Gespräche waren lustig und tendierten mit zunehmendem Weinkonsum zunehmend in privaterer Gefilde und die romantische Hintergrundmusik, die er merkwürdigerweise etwas zu laut aufgedreht hatte, tat ihr Übriges. Irgendwann entschuldigte sich die Traumfrau kurz und verschwand auf die Toilette. Als sie wiederkam, war sie kalkweiß und sah etwas verängstigt aus. Der Grund dafür war, dass im Schlafzimmer ein Baby weint. Und außerdem solle er vielleicht mal die Bettwäsche wechseln, die riecht schon streng. Jemand anderes hatte seine Kotzkatze völlig vergessen. Er murmelte schnell irgendetwas von, ach je, die Oma, und rannte ins Schlafzimmer. Es roch nicht streng, es stank bestialisch. Wenn er auch nur für einen kurzen Moment mit der Idee gespielt hatte, seine jetzt wohl eher nicht mehr Freundin noch ins Schlafzimmer zu locken, war diese Idee spätestens gestorben, als er den Schrank aufmachte. Die Kotzkatze hatte nicht nur ihrem Namen alle Ehre gemacht und seine Schuhe vollgekotzt, nein, sie hatte zusätzlich quasi als kleine Extrarache fürs Einsperren auch noch seinen neuen Wildledermantel eingepinkelt. Und der hängt 20 Zentimeter über dem Schrankboden. Bis heute hat vielleicht jemand anderes eine Ahnung, wie die Katze das geschafft hat. Ich habe keinen. In all diesem stinkenden Chaos saß die Katze, saß ihn vorwurfsvoll an und stolzierte dann stinkend, aber würdevoll, an ihm vorbei. Das kriegen Katzen auch in so einem Zustand noch hin. Der nächste Schrei kam aus dem Wohnzimmer. Jemand anderes konnte sich gut vorstellen, wie die Katze sich gerade stinkend und genüsslich an den Hosenbeinen seiner auf gar keinen Fall mehr Freundin rieb. Dazu musste er weder aus dem Schlafzimmer gehen, noch warten, bis die Tür ins Schloss fiel. Was sie natürlich nur Augenblicke nach dem Schrei auch tat. Als jemand anderes zurückkam, war die andere Wade dran. Und der Lachs aufgefressen. Wenn Sie jetzt auf eine Moral dieser Geschichte warten, es gibt eigentlich keine. Sie wollen trotzdem eine, bitteschön. Fängt die Katze an zu zicken, dann ist am Abend nichts mit freundlicher Konversation. Und dann natürlich noch ein kleiner Tipp. Wenn Sie so etwas oder etwas Ähnliches, Peinliches mal selbst erlebt haben, behaupten Sie einfach, es wäre jemand anderem passiert. So, wunderbar, geht's. So, unglaublich, Frau, das ist eine Scheißidee. Und da hinten sitzt jemand. Jetzt geht's los. Der unglaublich schlaue Salamibrot-Klau. Wenn man mal Tiger und Löwen in Afrika beobachtet hat, dann kann man sehr schön von deren Verhalten auf ihre ausgefeilten Jagdtechniken schließen. Und wenn man eine junge Katze, also eine Miniaturausgabe eines Tigers hat, dann hat man es noch besser. Da muss man nämlich nicht so weit fahren. Die machen nämlich genau dasselbe. Nur anders. Ich saß damals in meiner kleinen Studentenbutze, 31 Quadratmeter, aber mit Badewanne, auf dem Fußboden vor meinem Bett. An die Matratze angelehnt, schaute ich fern, da die Glotze ganz am anderen Ende des Zimmers, also 1,50 Meter entfernt, ebenfalls auf dem Boden stand. Vor mir lag ein kleines Küchenbrettchen mit einem Salamibrot drauf, wovon ich mich damals überwiegend ernährte. Minka war weit und breit nicht zu sehen. Doch das sollte sich bald ändern. Wäre ich also gebannt, eine Folge des A-Teams, Wir haben früher A-Team, wir haben nicht A-Team, wir haben A-Team gesagt. Das A-Teams vor Folge taucht plötzlich, aber ganz langsam, zuerst ein Schnurrbart-Harr und dann die kleine rosa Nasenspitze links neben mir in der Tür auf. Ich bemerke sie, schaue aber weiter geradeaus, weil ich wissen will, was sie vorhat. Sie schleicht weiter, in Zeitlupe. Ganz offensichtlich ist sie auf der Jagd. Und sofort ist mir klar, an was sie sich heranschleicht. Ihr unschuldiges, noch nichts von seinem grausamen Schicksal ahnende Opfer, ist mein Salamibrot. Ich soll davon aber natürlich nichts mitbekommen, denn irgendwie hat sie verstanden, dass diese Beute eigentlich mir gehört. Ich habe sie gerissen und erlegt, aber sie riecht halt so gut. Sie macht sich unsichtbar. Nicht das Salamibrot, die Katze, ist klar. Sie macht sich unsichtbar. Und zwar, indem sie sich so unglaublich langsam bewegt, dass man sie überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann. Das denken übrigens alle Katzen. Das kommt daher, dass normalerweise in der freien Wildbahn überall hohes Gras wächst, welches Sichtschutz und Deckung bietet. Hier in der 31 Quadratmeter Wohnung gibt es natürlich kein Gras. Egal. Gelernt ist gelernt. Sie schleicht aus Ermangelung des Dickichts immer an der Wand entlang. Erst links bis zum Fenster, dann genau vor mir, am anderen Ende des Zimmers, hinter dem Fernseher her. Also wirklich genau durch meinen Blick fällt. Aber, sie ist ja Gott sei Dank unsichtbar. Und dann rechts an der Wand weiter, bis sie fast neben mir kauert. Sie macht keinen Mucks. Keine schnelle Bewegung. Ich habe während der Anpirschphase immer wieder kurz gezuckt. Ich musste mich die ganze Zeit unglaublich zusammenreißen, weil ich sonst in schallendes Gelächter ausgebrochen wäre. und habe gesehen, wie sie dann sofort in hypnotische Starre verfallen ist. Dann konnte ich sie natürlich erst recht nicht mehr sehen. Verschwunden. Wahnsinn. Jetzt sitzt sie da. Neben mir. Ich schaue absichtlich wie gebannt, aber so. Auf den Fernseher. Sie macht sich bereit für den letzten entscheidenden Sprung. Ihr Schwanz zuckt noch einmal kurz und dann, zack, mit einer plötzlich unglaublich langen Pfote haut sie ihre Krallen in die Salamischeibe, reißt sie zurück, lässt sie dummerweise fallen und beißt sofort hinein. Mit ihrer frisch erlegten Beute in der Schnauze, die irgendwie überhaupt nicht praktisch herunterhängt und sehr behindert hin und her schlackert, rast sie wie eine wildgefordene Hummel zurück. Aber nicht, wie man jetzt vermuten sollte, quer durchs Zimmer. Nein, um abzukürzen, sie nimmt den gleichen Weg zurück, den sie gekommen ist. Ich möchte euch das gerne mal zeigen. So sah das aus. Guck mal. Außenrum und dann genau den gleichen Weg wieder zurück. Ist das nicht großartig? Großartig. So. Jetzt machen wir vorgesehen. Joa. Wenn ich mal, wenn ich mal einen Besuch da hatte, also das kam ja schon mal vor, nicht wahr? irgendeine junge Dame oder so, also hin und wieder, ganz selten. Dann hatte ich immer Angst, dass meine Katze kotzt, aber ich hatte auch noch vor anderen Sachen Angst. Es ist nämlich, ach komm, dann erzähl ich euch so. Es ist nämlich vorgesehen, es ist nämlich vorgesehen, es war eine junge Dame da und ich fand es ganz toll. Ich war ganz aufgeregt, ich war sehr verknallt, dachte ich. Und jetzt wollte ich unbedingt, dass das alles gut wird und ich war, ich wollte, also ihr wisst schon. So und dann waren wir im Bett und oder auch auf der, ich weiß nicht mehr, also wir waren irgendwo. Und dann ging es los und ich dachte, oh toll, wunderbar, jetzt knutschen uns und es ging los und die Leidenschaft ergriff Besitz von unserem Körper und ich dachte, oh toll. Und plötzlich hatte ich so ein Zehn im Nacken. Ich dachte, was ist das? Aber ich wusste nicht, was es ist. Ich dachte, ach ist egal, einfach nicht ablenken lassen, weitermachen. Aber wir haben dann geknutscht, es wird immer mehr, immer leidenschaftlicher und wieder dieses Zehn im Nacken. Und was war es? Die Katze saß neben dem Bett und guckt zu. Ich saß da, wirklich. Und ich, sch, 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 schön siehst du aus, und dann war die Katze weg. Da dachte ich, oh wunderbar, jetzt geht's los. Und dann wieder geknutscht wie die Wilden, die Wolllust ergriff Besitz von unserem Körper. Die Leidenschaft wurde wieder mehr und ich dachte, jetzt, jetzt geht's los. Ah, jetzt ist die Katze auf der anderen Seite. Ich wieder, ich bin deine Liebeslokomotive. Und scheiß, die Katze wieder weg. Ich dachte, jetzt endlich, komm, du fängst wieder von vorne an. Glaub mir, du fängst wirklich wieder von vorne an. Du fängst, ja, du hast ja, bevor du dich kam, hast du noch bei der Katze, die Katze, hm, 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 hm. Konzentrier dich da mal. Also jedenfalls, du hast das dann irgendwann verdrängt. Das dauert ein bisschen länger. Wir zucken eigentlich schon den Franz, vom ganzen Knutschen, vom ganzen Knutschen, von der Knutscherei. Und du denkst, jetzt, jetzt, jetzt geht's endlich los. Wirklich, die Leidenschaft ist wieder da, die Wolllust ist da. Man wälzt sich, man küsst sich immer knuschen, und denkst jetzt, und dann sagt sie, ein Satz wie, hey, du bist ein toller Typ, du kannst gleichzeitig knuschen und mir an den Zehen knabbern. Ich hab. Hau ab! In dem Moment, ich liebe, ich hab sie wirklich geliebt, meine Katze, aber in dem Moment wollte ich keine. Ich hab gesagt, hau ab jetzt! Und dann sagt sie, was ist denn los? Ich sag, meine Katze, du hast eine Katze? Ich sag, ja, ich hab eine Katze. Und dann ist sie auf, ich sag, nee, bleib doch liegen, du musst doch jetzt nicht. Du kannst doch hier, das ist doch nicht. Ja, und was war dann? Da haben wir den ganzen Tag mit der Katze gespielt. Statt Uschi-Krauen, Muschi-Streiche. War ein riesenart. Ja. Da fiel der Groschen gerade in Cent, das ist egal. Der Tragekorb des Grauens. Ich wollte einen Satz wie, das kennen Sie sicher von Ihrer Katze, eigentlich gar nicht schreiben. Jetzt breche ich meinen Vorsatz, denn Sie werden uns sowieso gleich denken. Jede Katze hat einen hochsensiblen Katzentragekorb-Detektor eingebaut. Der läuft zwar erst nach dem ersten Tierarztbesuch so richtig an, aber dann auf Hochtouren. Der Kater meiner Ex-Freundin, die dicke Diva Claude, war irgendwie so ein Kater, war darin Experte. Der hat das Ding wahrscheinlich erfunden. Den Detektor. Wir durften das Wort Tierarzt noch nicht mal laut sagen, da war er schon unter dem Bett verschwunden. Also haben wir es vermieden, dieses Wort auch nur in den Mund zu nehmen. Kennen Sie Eltern, die bestimmte Worte in Gegenwart ihrer Kinder nur buchstabieren, damit es nicht aufgeschnappt werden kann und nicht lautstarkes Gegröle oder endlose Heulereien folgen? Ja? Die sagen dann solche Sachen wie, oh Schatz, wir müssen gleich noch bei der EISDIELE vorbei, bevor wir mit den Kindern zum Z-A-H-N-A-R-Z-T fahren. Genau das haben meine Ex und ich mit T-I-E-R-A-R-Z-T gemacht. Tierarzt. Keine Chance. Claude war unterm Bett. Das Gleiche probierten wir mit K-A-T-Z-E-N-K-O-R-B oder T-R-A-G und so weiter und so weiter. Staubwolke unter dem Bett. Dann versuchten wir Synonyme zu finden. Schatz, hol doch mal das Doktor-Taxi aus dem Keller. Unter dem Bett. Wir wurden immer kreativer. Wir sprachen von Schiffsschaukeln, dem Apartment, dem Rolls-Royce, der Überfahrt nach Valhalla. Ja, man wird sarkastisch mit der Zeit. Und zum Schluss nur noch vom Sarg. Die Diva war weg. Dann haben wir uns nur noch mit Zeichen verständigt. Haben Sie mal die Fluglosen am Flughafen beobachtet? Genau so. Claude war unterm Bett. Zum Schluss hatten wir das Gefühl, dass wir Tierarzt nur denken mussten und Claude war unter dem Bett. So war es auch. Jetzt sagen Sie sich ja, mein Gott, die hätten die Karte doch einfach mit Wurst oder so unter dem Bett hervorlocken können. Ja, klugscheißer. Claude wäre eher verhungert. Und jetzt denken Sie, mein Gott, dann eben einfach rausziehen. Das Gefaure, die schweren Verletzungen und tiefen Fleischwunden hätten wir ja in Kauf genommen. Aber wir kamen nicht mal an ihn ran. Claude kauerte sich in den hintersten Winkel des zusätzlich in einer Ecke stehenden mit der Wand verschraubten Bettes. Und das war das eigentliche Problem. Wir mussten das gesamte Bett jedes Mal komplett auseinanderbauen. Wenn wir mit dem doofen Kater zum Arzt wollten. Und es gab keinen Lattenrost, den man einfach nur hätte zack hochheben können. Nein, wir mussten das gesamte Bett jedes Mal auseinanderbauen. Die Obermatratze entfernen, die Halteschrauben lösen, die Füße abdrehen, vorher etwas drunterlegen. Oh Mann. Jetzt die Halteschrauben komplett loswerden. Die Freundin hält die Mitte kurz, dann übernehme ich. Ich hasse es. Das Mittelteil fällt mir auf den Fuß. Immer auf den rechten. Ich hasse ihn. Dann die Ecken des Rahmens auseinanderziehen. Eine Ecke fällt ihr auf den Fuß, immer auf einen anderen. Geht mir schon wieder etwas besser. Dann alles an die Wand lehnen und weiter mit der Unterkonstruktion. Zugegeben, ein Scheißbett. Aber wer rechnet auch mit so einem Vieh? Irgendwann haben wir dann vorher die Schlafzimmertür zugemacht. Da hätten wir auch früher drauf kommen können. Okay, pass auf. Geht es? Die verrückten fünf Minuten. Das hätte ich nie gedacht. Alle? Ja. Katzen sind in jungen Jahren genauso übermütig und unerfahren wie wir Menschen. Ich habe damals in meiner Katze oft nachlaufen gespielt. Das klappt wunderbar. Sie müssen nur den richtigen, im folgenden, beschriebenen Moment abpassen. Also eine normale Kasse kriegt verrückte fünf Minuten so einmal im Monat. Meine zweimal am Tag. Warum? Meine Katze war schon ganz alt. Die hatte Alzheimer. Die hat vergessen das. Die hat sich überlegt. Bin ich heute schon losgerannt oder muss ich noch? Ja, ja. So. Jetzt geht es weiter. Aus heiterem Himmel man erschreckt sich fast zu Tode und nichts, wirklich nichts kann einen darauf vorbereiten. Rast ihre Katze wie von der Zerrandel gestochen durch die Bude mit ausgefahrenen Krallen jede Kurve so eng es nur geht stoppt kurz im Wohnzimmer glotzt sie panisch und in Deckung liegen an brüllt dann herzreißen und peest den gleichen Weg zurück. Verrückterweise wirklich genau den gleichen Weg. Die rennen nicht woanders an, die rennen genau den gleichen, ich weiß auch nicht warum. So, kaum am Ausgangspunkt angekommen, geht es von vorne los und das macht wirklich jede Katze. Wirklich jede versprochen. Man weiß nicht so genau warum. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass es sich um das Rolligsein handelt, also um die Vorbereitung zur Paarungsbereitschaft. Ich glaube das nicht. Was für ein Zinnober? Nur wegen ein bisschen... Stellen Sie sich mal vor, Ihre Freundin würde so einen Zirkus machen nur mal wieder... Das macht doch keine. Obwohl, ich hatte mal eine in Wupp... Nee, das ist ja gar nicht. Spiel doch keine Rolle, warum Katzen das machen. Sie können nämlich nachlaufen mit ihr spielen, wie ich eingangs schon erwähnte. Das mit den Kurven macht einen Riesenspaß, zum Beispiel, wenn Sie einen Flur mit Laminatboden haben. Da geht der Feldtiger schon mal ab, wie der Kegel beim Eisstockschießen. Oder Sie stellen in der ersten Runde die Möbel um. Sehr lustig. Müssen Sie aber eigentlich alles gar nicht machen. Nein, zumindest nicht bei meiner Katze, bei meiner Minka damals. Wir hatten nämlich eine tolle Maisonettwohnung mit Umlauf. Da konnte man im Kreis laufen und meine Katze und ich haben ganz oft fangen gespielt. Zum besseren Verständnis habe ich eine Zeichnung gemacht. Die zeige ich euch jetzt mal. Jetzt hier. Da. So. Dann habe ich mal gezeichnet, damit ihr seht, so rum. So. Das war der Anfang. Nee? Das war die erste Runde. Zweite. Dritte. Wir hatten wirklich eine tolle Zeit. Kann man nicht anders sagen. Einmal als wir spielten, hocken wir uns plötzlich gegenüber. Wirklich. Gesicht zu Gesicht. Auge in Auge. Meine Katze saß nervös mir gegenüber. Nervös mit dem Schwanz zuckend. Ich auf der anderen Seite. Auch nervös. Das wollte ich nicht. Ich lese besser weiter, weil das wird sonst nichts. Okay, alles klar. Leider sind wir dann umgezogen. Später sind wir umgezogen. Und so eine schöne Rennstrecke hatten wir nie wieder. Obwohl ihre fünf Minuten in den späteren 31 Quadratmetern auch was hatten. Da habe ich aber nicht mehr mitgemacht. Hat sie gar nicht gemerkt. So, ich muss jetzt... Moment, ich muss jetzt hier... So. Die nächste Geschichte heißt die Katze und Alzheimer. Meine Katze war ja nicht nur uralt. Die ist wirklich 27 Jahre alt geworden. Nicht nur uralt und hat gekotzt wie eine Wilde. Nein. Die war auch noch taub und die hatte Alzheimer. Das war aber nicht so schlimm. Das war eigentlich ganz lustig. Das war nur ein bisschen blöd, wenn sie dann im Winter auf den Balkon wollte. Das war ein bisschen blöd. Draußen fielen die ersten Schneeflocken und meine Katze wollte unbedingt raus. Sie wollte mit den Schneeflocken spielen. Hat vergessen, was das ist. Und wollte dann noch mal raus. Saß dann vor dem Balkon. Vor der Balkon-Tür. Das ist insofern noch nicht so schlimm. Eine normale Katze... Ich stehe noch kurz auf. Eine normale Katze miaut ja ganz normal. Das kennt man ja. Um sich verständlich zu machen. Miau. 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 Nein. Meine Katze... Meine Katze war aber taub. Nicht wahr? Meine Katze war taub. Das heißt, die hörte sich selber nicht mehr. Sprich, das mit dem Phonodezibel, das hatte die nicht mehr so raus. Das klang anders. Au! 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 Man kann es nicht ignorieren. Man versucht es, ne? Man versucht, man sitzt da und sagt, ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich möchte einmal sitzen bleiben. Nein, es geht nicht. Du stehst auf, gehst zur Tür, machst die Bekundung auf, ganze raus, Tür wieder zu. Die war fünf Sekunden draußen, dann hat die gemerkt, oh, das ist aber scheiße kalt hier draußen. Dann wollt ihr wieder rein, dasselbe Bild, nur ohne Ton. Stehst wieder auf, Tür auf, Katze rein, Tür wieder zu. Jetzt bleibt die einen Meter von dir entfernt, bleibt die sitzen. Mit dem Rücken zu dir und guckt dich über die linke Schulter zurück an. Dann machst du gerade die Balkon Tür wieder zu. Guckt die mich an. So einen Blick hatte die drauf, wie die Freundin, wenn du was verbrochen hast, sie dir aber noch nicht gesagt hat, was es ist. Scheiße kalt draußen. Arschloch. So gemein. Ich sitze gerade wieder auf der Couch, so, hat die Katze, weil die Alzheimer hat vergessen, dass sie heute schon mal draußen war. Sitze sie wieder vor der Tür. Au! 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 Stehst wieder auf, Tür auf, Katze raus, Tür wieder zu. Fünf Sekunden später. Wieder Tür auf, Katze rein, Tür wieder zu. Das ging 30, 40 Mal hintereinander. Raus, rein, raus, rein. Letzten stand ich draußen, meinte, der hat mich wieder reingelassen. Also das macht, das macht jede Katze. Welche Katze macht das auch? Da ging es bei euch auch gar nicht. Hier, siehste, ich wusste es. Ich wusste, aber die sind alle nicht so alt. Wieso machen die das? Manchmal ist es auch so, die sitzt da vor der Tür und sagt, au! 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 Stehst du auf, machst die Tür auf und dann sie so. Die macht nix. Die geht nicht rein. Du bleibst eine Stunde 16. Komm, jetzt, geh, was willst du? Dann machst du die Tür wieder zu. Sitz gerade und meint, au! Au! Die will nur, dass die Scheiß-Tür auf ist. Ich sag's euch. Nein, ich will, dass die Tür auf ist. Und du machst das, was ich sage. Wenn du das nicht machst, dann mach... So, jetzt gibt's... Jetzt, äh, meine Katze... Ich komm... Warte, jemand da oben sitzt, ist auch langweilig. Pass auf, ich komm jetzt mal hier runter. So. Ah! Ne, ich geh wieder hoch. Das ist... Und zwar folgendes. Es gibt noch eine andere Katze, außer meine. Es gab viele andere Katzen hier in dem Buch. Aber es gibt eine Katze, die fand ich extrem lustig. Die gehört ein Kumpel von mir. Und, was heißt, sie gehört ihm. Ich glaub, er gehört ihr. Aber ihm. Das ist ein Kater. Aber es war sehr lustig. Und ich würde euch gerne die Geschichte von Napoleon vorlesen. Napoleon, ich liebe diesen Kater über alles. Er ist großartig. Also, Napoleon war der Kater eines ehemaligen Kumpels von mir. Ehemalig darum, weil der Kumpel der Besitzer unserer kleinen Stammkneipe aus Jugendzeiten war. Und ich ihn schon seit fast zwölf Jahren nicht mehr gesehen habe. Der Kater dieses Kumpels mit der Kneipe hieß auf jeden Fall Napoleon und war ihm zugelaufen. Napoleon hatte nur drei Beine. Das, was hinten links hingehört hätte, fehlte ihm. Wohin es entschwunden war und was passiert war, wusste mein Kumpel nicht. Angeblich war Napoleon ihm schon auf drei Beinen zugehumpelt. Was hier jetzt ganz furchtbar traurig und mitleiderregend klingt, war in Wahrheit für den Kater gar nicht so schlimm. Napoleon hatte sich prima mit seiner Behinderung abgefunden. Er konnte auch mit drei Beinen problemlos überall hochspringen. Was ihm hingegen etwas mehr Probleme machte, war sein Schwanz. Der fehlte ihm nämlich auch. So schlimm war es nicht. Allerdings, das mit dem Schwanz war schon schlimmer. Denn Napoleon war ein Kater, also männlich. Und demnach war das Schwanzdefizit auch vom Ego her eher suboptimal. Was viele Leute ja gar nicht wissen, Katzen benutzen den Schwanz hauptsächlich zur Balance. Damit können sie auf Dachrinnen oder auf extrem schmalen Balken entlang gehen. Oder, wenn man Wohnverhältnisse wie Napoleon hat, auf dem Tresen in der Kneipe. Beziehungsweise eben nicht. Er konnte auf dem Boden relativ normal laufen. Auf dem Tresen aber normal gehen, ohne zu schwanken oder hin und wieder lustig umzukippen. Das konnte Napoleon nicht. Napoleon war auf einem Auge blind. Und auf dem anderen kurzsichtig. Welches Auge was war, habe ich vergessen. Aber das spielt auch keine große Rolle, glaube ich. Dieser Kater auf jeden Fall. Dieses Geschöpf ohne Schwanz, dafür mit einem Appenbein. Auf einem Auge blind und auf dem anderen kurzsichtig. Dieses Abend für Abend auf dem Tresen schwankende Tier war das stolzeste, würdevollste Wesen unter der Sonne. Die er auch nicht sehen konnte. Weil er ja kurzsichtig war. Er schritt durch die Kneipe wie der Pate durch sein Haus am See. Pünktlich zur Happy Hour raste er die Treppe herunter, die die Kneipe mit der darüberliegenden Wohnung meines Kumpels verbannt. Und schien uns allen mit Blicken oder mit dem uns zugewandten Kopf, man weiß es nicht so genau, zu sagen, Seht her, ich habe weder Schwanz noch Bein, bin fast blind und steinalt, aber ich zahle nicht einen Pfennig für meinen Schnaps. Napoleon war schwerer Alkoholiker. Wirklich. Aber er hatte seine Sucht im Griff und trank nie vor sechs Uhr abends. Dann aber gab es kein Halten mehr. Da kaum ein Gast sein Glas bis auf den letzten Tropfen austrank, tat das Napoleon stellvertretend eben für uns alle. Es ist wirklich wahr. Er wankte von Glas zu Glas, steckte seine vollfunktionstüchtige Zunge hinein. Alles andere war kaputt, aber die Zunge, die war... Leckte den Schnaps, das Bier, den Wein, Ratze, Putz weg und torkelte dann mit zunehmender Schlagseite weiter. Da die Kneipe freitags und samstags immer sehr voll war, war auch Napoleon spätestens um zehn immer sehr voll. Es war eine sehr lustige Zeit. Vor allem für Napoleon. Und dann musste mein Kumpel irgendwann eine Türe einbauen zwischen Kneipe und der Treppe nach oben zu seiner Wohnung, weil einige besoffen ihm dort mehrmals nachts in den Flur. Hier, 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 Hier. Leider war diese Tür aus Glas. Aus stabilem, wirklich sehr stabilem Glas. Mein Kumpel fand die Türe sehr schön. Durch das Glas verkleinerte sich die eh schon ziemlich beengte Spelunke. Wenigstens nicht auch noch optisch. aber sie war eben aus glas napoleon wohnte tagsüber oben bei meinem kumpel in der wohnung bis um sechs wenn er an jedem wenn er wie an jedem tag in den vergangenen zehn jahren auf seinen drei beinen ohne schwanz auf einem auge blind auf dem anderen kurz sich die treppe heruntergerast kam um seinen schnaps zu bekommen der krach das mit dem kopf gegen die glastür dengelnde napoleon war furchtbar aber keine angst er hat es überlebt aber alle haben es gehört alle auch ich war damals dabei als dieses stolze geschöpft das so viel lebenswillen bewiesen hatte trotz seiner gebrechen und trotz seiner sucht mit vollem karacho gegen die neue glastür geballert ist es war ein wirklich unfassbar lautes es tut mir leid es ist schlimm aber ist auch lustig es ist es war ein wirklich vor allem das gesicht von ihm danach war großartig es war ein wirklich unfassbar lautes dumpfes dong gottlob hat napoleon davon nichts mitbekommen napoleon war nämlich stocktaub und das ist er ich glaube ich habe kurz darüber nachgedacht was er wohl am liebsten getrunken hätte damals in der kneipe ich glaube es war mauskowska ja ich weiß es nicht man weiß es nicht so kommen wir jetzt zur nächsten geschichte zur nächsten geschichte die geschichte heißt der chili torpedo wer freut sich da so wer war das mal freut sich die geschichte schön ja ich finde die aus aber auch noch gemeiner als bei napoleon ich setze mich mal wunderbar so schön warm am popo also der chili torpedo ich hatte mir damals in der ausbildungszeit als es mit der bezahlung noch nicht ganz so gut aussah abends des öfteren spaghetti gemacht günstig und gelingen immer immer salami brot war mir auch zu dröge außerdem gibt es endlose möglichkeiten verschiedene soßen mit den gleichen nudeln zu kombinieren wodurch jedes gericht irgendwie anders schmeckt so weit so gut eines abends waren aber dann alle diese möglichkeiten ausgegangen spaghetti hatte ich noch aber kein pesto keine tomaten geschweige denn eine bolognese soße was sie noch fand für eine große flasche asiatische sweet chili chicken soße mit kleinen stückchen drin die sehr scharf war aber auch sehr lecker und ich beschloss dass sie sich auch als nudelverfeinerung prima eignen würde gesagt getan es schmeckte tatsächlich wunderbar das fand meine katze auch ich habe wie immer auf dem boden gegessen und fern gesehen danach bin ich einfach rückwärts ins bett gefallen und eingeschlafen ja ja ich weiß liebe leserin die leser aber es war schon sehr spät ein langer tag und sonst habe ich mir immer die zähne geputzt meine nachlässigkeit muss minka über nacht ausgenutzt haben denn als ich am morgen aufwachte entdeckte ich nicht nur den blitzblank leer geleckten teller auf dem boden sondern auch eine merkwürdige leicht rötliche spur mit kleinen stückchen drin die sich quer durchs zimmer bis in den flur zog dort bot sich mir ein bild bei dem ich es extrem bedauerlich finde keinen fotoapparat zur hand gehabt zu haben meine katze robbte mit ihrem hintern die hinterläufe gespreizt und sich mit den vorderpfoten vorwärts ziehend so über den teppich es war wirklich ich habe gebrüllt vor lachen es war wirklich großartig ein wehleidiges miauen unterstrich die szene dramatisch also wirklich bei jedem vorwärts minka hatte sich also nachts über die reste der scharfen chili soße her gemacht und am morgen gemerkt dass das zeug beim passieren des ausgangs höllisch brennen kann ich war natürlich mit ihrem arzt der mir aber versicherte dass das völlig ungefährlich sei als wir nach hause kamen ging ich dann auf die toilette ihr könnt doch mal klatschen zwischendurch da geht auch ich habe folgendes festgestellt ich habe folgendes festgestellt und zwar katzen verbreiten ja finde ich eine sehr gemütliche stimmung immer das heißt kommst nach hause kannst du nichts eingerichtet haben die kartons noch nicht ausgepackt die katze liegt irgendwo rum gemütlich zu hause wunderbar oder das kamin an wenn du einen hast oder du hast schon ein glas wein oder das tee im buch wunderbar katze gemütlich so weit so gut gemütlich ist es schon aber nur bis zu dem moment wo die eigene freundin anfängt mit der katze zu sprechen denn es ist ja schön es ist ja süß aber es ist auch eine tatsache frauen haben eine eigene stimme für tiere das ist so es ist auch eine ganz andere frequenz ich weiß nicht woran es liegt aber es gibt eine stimme für 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 mich und für die schwiegermutter und für für den postboten ich habe keine ahnung und die andere die es für tiere die unterscheiden sich auch wie gesagt in der frequenz das heißt die normale stimme ist hier und die tierstimme ist hier wirklich ein beispiel ralf gehen wir mit einem ins kino ja wir können ins kino gehen wo gehen wir denn rein ich weiß nicht geben wir vielleicht was mit george clooney ja george clooney muss das sein ja okay okay da gehen wir was mit schnulze alles klar oh ja da gehen wir in george clooney und dann ziehe ich mir eben ein paar schuhe ein und da ja fein war das ist nicht nur eine andere stimme und eine frequenz das ist ein anderer mensch ich habe manchmal ein tinnitus gehabt ich habe das angst habe ich bekommen wirklich es ist sehr lustig ich finde ich finde es süß ich finde es ganz ganz amüsant und die tiere reagieren sogar die wissen genau die werden jetzt angesprochen allerdings gibt es unterschiede zwischen hunden und katzen große unterschiede hunde reagieren sofort wenn der beim hund der freut sich direkt der weiß direkt ich bin gemeint irgendwas los aber wunderbar übrigens für die die keinen hund haben die den hunden mal ein bisschen ärgern wollen ist handhablos kann nichts passiert man kann die hunde damit in den wahnsinn treiben ich hab's gemacht ist es macht großen spaß so ein kleiner terrier ich fand's groß einfach nur kleiner ja also klein ist egal also er war eigentlich sonst sehr lustig und es gibt drei stufen man fängt ganz ganz einfach an sagt ja fein ja fein ja fein du bist ja ganz fein und dann die stufe zweiter rakete zünden ja fein ja fein ja fein ja fein ja fein ja fein und dann eskalation der kollabiert sehr lustig aber jetzt versucht das war mit einer katze ich sitze da und du sagst ja fein macht und die ganze ganz anders interessiert das nicht wirklich ihr eigenes leben du bist ja bei der angestellt und so weiter ist ja ganz anders oder auch beim spielen spielen fallen auch große unterschiede auf übrigens auch mit der stimme und so weiter also bei den hunden ganz große unterschiede beim spiel beim hund schmeißt das stöckchen und der hund hinterher holt das stöckchen das ganze ja beim hund machen bis er tot umfällt tausend mal hintereinander du wirfst immer wieder den stock der schleppt sich mit letzter kraft kommt er den stock in der schnauze riesenstock so ein kleiner terrier riesen kommt er hier der schlei sich ran und kippt um vor dir todglücklich mit dem stock in der schnauze wunderbar eine katze versuch das mal mit einer katze mit so einer plüschmaus oder so ja ja hier genau die katze hier wo ist die plüschmaus hol die plüschmaus und die katze die bleibt da sitzen bleibt genau da sitzen wo sie die ganze zeit schon gesessen hat wer kriegt jedes mal unter das scheißregal und die kackplüschmaus ich und von hinten ja fein war der gas das ist furchtbar wirklich passiert ich war unter dem regal ich weiß es noch ich war unter dem regal ich habe mich da so durchgerobt die plüschmaus ganz nach hinten an die wand durchgerobt alle voller spinnenweben voller ratten wir machen nicht so oft sauber also es ist dann im ernst ich war wirklich da drunter unter dem ich guck so zurück hätte ich mal nicht gedacht ich guck zurück die sitzt immer noch da wo sie gesessen hat die sitzt da noch und was macht die die guckt noch nicht mal hin was ich da mache das ist dasselbe wie ich habe geschrieben wo hunde haben kärchen herrschen kassen haben personal sagt doch es ist wie es ist gut wieder runter gefahren wir kommen zum schlusswort und ich habe dieses schlusswort damals natürlich verfasst als als minka noch da war als es minka noch gab vor 100 jahren und da habe ich das verfasst und ich habe überlegt ob ich das jetzt für heute ob ich das verändern ob ich da noch irgendwas anders mache ob ich das noch umtexte oder umschreibe weil sie ja jetzt nicht mehr da ist und dann habe ich mir aber dazu entschlossen als ich gelesen habe habe ich gedacht du lässt das so denn all das was ich damals aufgeschrieben habe wie es denn dann wäre wenn irgendwann ist genauso bei mir auch eingetreten es ist genauso entstanden und ich deswegen lese ich euch das vor so wie es damals auch aufgeschrieben wurde also ich glaube wenn minka eines tages nicht mehr da sein sollte dann werde ich mir keine neue katze kaufen man trifft sich und man verbringt ein halbes leben miteinander und das ist etwas besonderes zumindest in meinem fall man kann im leben nicht immer alles einfach austauschen auch wenn uns unsere derzeitige konsumwelt philosophie das glauben machen will eine jeans ein fernseher ein auto tauschen sie die so viel sie wollen ein leben ein charakter den ältesten freund den sie haben vielleicht sind viele irgendwie ersetzbar aber einfach austauschbar sicher nicht und minka ganz bestimmt nicht wenn sie also mal nicht mehr neben meinem schreibtisch liegen sollte und darauf wartet dass ich endlich aufhöre und mich wieder ein bisschen mehr mit ihr beschäftige wenn sie also eines tages nicht mehr motzend und giftig vor der balkontür stehen sollte und mich nervt dann werde ich sie sehr vermissen und mir keine neue katze kaufen aber vielleicht läuft mir ja mal wieder einer über den weg mal sehen vielen dank vielen dank für die blumen vielen dank vielen dank für die blumen vielen dank